Nach Sportverletzungen am Kopf und Gesicht sorgen maßgeschneiderte Karbonmasken für optimalen Schutz. Gipsabdrücke waren gestern. Unser hocheffizientes Herstellungsverfahren basiert auf digitalen Datensätzen, die wir mit einem mobilen Scanner schon im Vorfeld von der gesamten Mannschaft machen. So können wir im Fall einer Verletzung innerhalb von 24 Stunden eine individuelle Schutzmaske herstellen, die höchsten Ansprüchen genügt. Material und Produktion sind hochentwickelt und gewährleisten optimalen Sitz und höchsten Tragekomfort. Karbonmaske.de – damit Sie schnell und sicher wieder im Einsatz sind.